Mitleid, das unterschätzte Gefühl, habe ich die heutige Folge genannt. Mitleid steht ja immer in einer gewissen Kontrahentenstellung zum Mitgefühl oder der Empathie. Psychologisch oder man könnte fast sagen pseudopsychologisch ist das Mitleid immer irgendwie abgewertet. Und wir werden uns heute im Naturobjektiv mit den biologischen Hintergründen von Mitleid, aber auch von Mitgefühl beschäftigen und schauen, ob es wirklich so ist, dass das Mitleid ein so schlechtes Gefühl ist, wie immer wieder getan wird. Und das gleich jetzt. Heute geht es also ums Mitleid. Das Internet ist voll mit pseudopsychologischen Fragen und Tipps. Warum ist das Mitleid nicht so gut? Was ist besser Mitleid oder Mitgefühl? Wie reagiert man auf Mitleid? Und der Tenor ist immer gleich Mitleid, müsse man eher zurückweisen. Aber Mitgefühl und Empathie wären die richtigen Zugänge, um Anteilnahme am Geschehen und am inneren Empfinden anderer zu zeigen. Nun, es geht also insgesamt um den großen Bereich der Empathie, der Anteilnahme und der Fähigkeit, am Gefühlsleben und am Innenleben von anderen teilzunehmen. Das Mitleid, das werden wir dann später noch sehen, ist natürlich spezialisiert auf negative Gefühlstönungen von anderen, die wir uns gewissermaßen zu eigen machen. Und was da biologisch dahinter steckt, über das wollen wir heute reden. Es ist also grundsätzlich die Fähigkeit, die Empfindungen anderer wahrzunehmen im Inneren und sich einzufühlen. Und die negative Behaftung des Mitleids liegt darin, dass man damit immer eine gewisse Einseitigkeit sieht. Das heißt, es ist eine Art Selbsterhebung, eine Selbsterhöhung über den anderen. Man blicke von sich auf einen anderen herab und hätte mit ihm Mitleid. Also von der eigentlichen Idee des Gefühls abgehoben. Es sei eine Pseudohilfe. Die Empathie oder das Einfühlungsvermögen, das darauf abzielt, den anderen zu unterstützen, würde reduziert auf nichts anderes als eben mitzuleiden. Eben eine Art narzisstische, ein narzisstisches Pseudomitgefühl, das den anderen schlecht dastehen lässt. Und jetzt schauen wir uns im Detail an, wo es herkommt und was Mitleid und Mitgefühl auch allein von der Definition einmal bedeuten kann. Mitleid kann man so definieren, dass es die Form der Anteilnahme ist, die im Fall eines schlimmen Schicksals bei jemand anderen oder bei einem anderen Wesen ganz allgemein den Impuls auslöst, zu helfen und zu trösten und gleichzeitig mit einem gewissen inneren Gefühl des Unwohlseins verbunden ist. Sonst würde man es ja nicht als Mitleid bezeichnen, denn wir leiden ja beim anderen, wenn er leidet, mit. Und das kann ein relativ starkes und auch für einen selbst unangenehmes Gefühl werden. Die Empathie hingegen, das allgemein Mitgefühl, ist die Bereitschaft und die Fähigkeit, sich in die inneren Beweggründe und auch Bedürfnisse eines anderen Wesens hineinzudenken. Das ist aber nicht unbedingt nur auf eine negative Gefühlstönung, also auf Schmerz oder Leid bezogen, sondern auf das gesamte innere Wesen, also die Förderung. Auch wenn man zum Beispiel bei den eigenen Kindern sie bei der Berufswahl fördert, wenn sie gerade kreativ sind. Also alles, was das Fördern des Anderen und das Hineindenken in seine Beweggründe bedeutet. Das ist der Überbegriff der Empathie oder des Mitgefühls. Wir sehen ja schon, dass das Mitleid auf einem bestimmten Bereich spezialisiert ist, nämlich auf die negative Gefühlstönung des Anderen. Aber auch, wenn man es jetzt vom phylogenetischen Standpunkt betrachtet, ein bisschen so etwas wie das Primäre darstellt. Das heißt, das Mitleiden, überhaupt einmal die Fähigkeit, sich in jemand anderen hinein zu versetzen und wenn er in Not gerät, wenn er in Angst gerät, Schmerzen hat, das zu perzipieren, auf sich selbst zu beziehen und dann zu reagieren. Also das ist eine sehr, sehr primäre Fähigkeit. Also es ist eindeutig so, dass das Mitleid ein unterschätztes Gefühl ist, wie ich es im Titel angedeutet habe, weil es eine ganz wichtige Voraussetzung bei sozialen Wesen ist, um überhaupt einmal dazu zu kommen, sich mit den Beweggründen des Anderen vom Leid her primär zu beschäftigen. Und wenn das möglich ist, dann kann man natürlich in weiterer Folge dieses Mitgefühl oder die Empathie noch weiter ausbauen. Natürlich ist es beim Menschen durch sein komplexes Gehirn und sein Bewusstsein, wie wir dann im Laufe des Clips noch sehen werden, eine relativ komplizierte und komplexe Sache, solche Gefühlsinhalte zu entwickeln. Ja und so kommen wir jetzt zu der Analyse dieses gesamten Bereichsmitleid mit Gefühl, Empathie und wir sehen, dass drei wichtige Voraussetzungen dafür gegeben sein müssen. Das erste ist einmal, dass es sich um eine soziale Tierart handeln muss. Wir sind ja soziale Wesen, wir sind Primaten und wir leben in der Kleingruppe und nur soziale Wesen und insbesondere solche, die in Kleingruppen leben und dort auch arbeitsteilig, also im Sinne einer Inclusive Fitness, ihr Gruppenleben gestalten, entwickeln so etwas wie Anteilnahme. Also über Lautäußerungen der anderen, über Schmerzenslaute alarmiert zu werden und dann zu reagieren und eventuell Hilfestellungen zu bieten, was ja in allen Affengesellschaften, in Primatengesellschaften zum Standard gehört. Also der Mensch hat das zweifellos aus seiner Grundlage, dass er ein soziales Wesen ist, mit übernommen. Das zweite, das wir jetzt näher analysieren werden, gleich im Weiteren, das sind die sogenannten Spiegelneurone. Es gibt also neurophysiologische Gründe, warum das so funktioniert, dass die Spiegelneurone immer noch ein bisschen eine umstrittene Sache sind, was die Empathiebegriffe werde ich gleich erklären und wo da der Pferdefuß drinnen steckt, wenn man über diese Sache nachdenkt. Und das dritte, das natürlich bei Menschen ganz besonders dazukommt und das die Empathie zu einem sehr, sehr wesentlichen Gebäude unserer gesamten Gesellschaft gemacht hat, einem Denk- und einem Fühlgebäude, das hat mit unserer Hypothesenbildung zu tun. Das heißt, unser Gehirn, wir sind ja bewusste Wesen, da habe ich ja schon oft auch Clips gemacht über das Bewusstsein, da könnt ihr dann in der Playlist hineinschauen und ihr werdet sehen, dass es immer wieder darauf hinausläuft, dass wir diese Fähigkeit zur Hypothesenbildung haben. Das heißt, wir projizieren mögliche Szenarien in die Zukunft und können da natürlich unsere ganzen empathischen Empfindungen, die wir vorher über Spiegelneurone und über andere Dinge erworben haben, dann noch in hypothetische Gebäude ausbauen und sozusagen zur Moral machen, das dann die weitere und übergeordnete Sache darstellt. Nun, ganz besonders möchte ich mich jetzt noch mit den Spiegelneuronen beschäftigen. Die Spiegelneuronen sind spezialisierte Nervenzellen, die im Gehirn sitzen, im prämotorischen Kortex und die erstmals nachgewiesen wurden von einem Neurophysiologen, einem Italiener, Giacomo Rizzolatti. Der hat 1992 diese Spiegelneurone bei Makaken, also bei Affen gefunden und zwar bei Handobjektinteraktionen und hat gemerkt, dass da bestimmte Gehirnareale im prämotorischen Kortex, also bestimmte Nervenzellkomplexe aktiv werden, wenn Affen beobachten, dass es zu so einer Handobjektinteraktion, also zu Greifbewegungen kommt und dann ähnliche Bereiche im eigenen Gehirn erregt werden. Also die Spiegelneurone waren eine ganz tolle Entdeckung und man hat dann lange Zeit, eigentlich noch fast 20 Jahre gebraucht, ich denke so um 2010 herum war es, dass es beim Menschen auch nachgewiesen werden konnte, aber mittlerweile sind die Spiegelneurone eine tatsächlich nachgewiesene Sache und man weiß, dass es sie gibt und dass sie funktionieren. Die Kritik, die an den Spiegelneuronen und dem direkten Schluss zu Mitleid und Mitgefühl, also dem Auslösen dieses Gefühls, sich in den anderen hineinversetzen zu wollen, dass da die Spiegelneurone direkt beteiligt sind, hatte damit zu tun, dass man gesagt hat, einzelne Nervenzellen können sozusagen nicht als intelligente Agenten agieren und so komplexe Verhaltensmuster auslösen. Die Antwort kann erlauten, ja ohnehin nicht, das hat auch niemand behauptet, aber was sehr wahrscheinlich ist und das erscheint mir als Biologe eine der schlüssigsten Argumente zu sein, ist, dass die Spiegelneurone eine wichtige Voraussetzung sind, dass sich dann in weiterer Folge das, was ich vorhin angedeutet habe, in der bewussten Hypothesenbildung des Menschen und in den ganzen Formen von zukünftigen Szenarien, die er sich vorstellt, überhaupt erst die Möglichkeit besteht, sich da hinein zu versetzen und sozusagen über das Über-Ich eine Rückkopplung erfolgt, die uns dazu treibt, uns selbst in die Lage des Anderen zu versetzen und den Impuls zu haben, helfen zu wollen. Das ist natürlich schon eine relativ übergeordnete und komplexe Reaktionsweise. Aus der Psychologie und Ethologie kennen wir noch ähnliche und verschiedene Beobachtungen, Beobachtungen, die uns diese Empathie, das Mitgefühl, aber auch das Mitleid erklären können. Es gibt zum Beispiel noch den Carpenter-Effekt, benannt nach William Carpenter, der diesen ideomotorischen Effekt entdeckt hat, dass das Sehen bestimmter Bewegungen bei einem anderen die Tendenz zur eigenen Ausführung auslösen. Also ganz ähnlich dem, was die Spiegelneurone auch direkt und unmittelbar machen und sie sind sicherlich auch beteiligt an diesen komplexen Erscheinungen. Wir kennen das Phänomen in der Psychologie, das man Gefühlsansteckung nennt. Wir kennen das beim Lächeln, wir kennen das beim Gehnen. Also wenn man den anderen Lächeln sieht, ist man automatisch geneigt, auch zurückzulächeln. Das Gehnen ist zum Beispiel eine sehr klassische Sache, wenn jemand gehnt, kann es sein, dass man auch relativ schnell gehen muss. Also die Übertragung durch das Beobachten einer bestimmten Verhaltensweise führt zu einer Ansteckung bei einem Selbst und man führt dann diese Verhaltensweisen aus. Das betrifft jetzt auch dann den ganzen komplexen Bereich der Körpersprache. Wir sind ja als soziale Wesen, Wesen, die eine unglaubliche Fülle von verschiedenen Ausdrucksformen, von Mimik, von Gestik, von Bewegungen an den Tag legen, um dem anderen Gefühlsinhalte zu signalisieren, eventuell auch zu simulieren, um ihn zu täuschen. Da ist ja auch der ganze Komplex der Lüge drinnen und vieles andere. Und mit diesen komplexen Verhaltensweisen, den ganzen Gefühlsübertragungen, den körpersprachlichen Phänomenen beschäftigt sich ein Mann, dessen Kanal ich euch unten verlinken werde. Das ist Stefan Werra, ein lieber Freund von mir. Und ich kann euch nur empfehlen, euch die vielen Videos anzuschauen. Da gewinnt man sehr, sehr viele Erkenntnisse und Eindrücke von dem, was uns ausmacht als soziale Wesen, wie wir interagieren. Ich habe auch einen Clip gemacht, den ihr euch zu dem Thema anschauen könnt, nämlich die Solidarität. Und in der Solidarität war die Rede von den unmittelbaren Gefühlsübertragungen in Gruppen. Zum Beispiel ist in Gruppen es oft möglich, wenn einzelne Gruppenmitglieder Aggressionsäußerungen machen, dass sich diese ganze Aggression dann in einer Welle auf die Gruppe überträgt und es dann zu Kampfhandlungen leichter kommen kann, weil Stimmungsübertragung erfolgt. Auch da spielen sicher so etwas wie Spiegelneurone eine sehr große Rolle. Es gehört hier auch das sogenannte soziale Referenzieren, wie wir es von Kleinkindern kennen, die einfach durch Beobachtung die Tendenz entwickeln, die Verhaltensweisen oder Verhaltensmuster, ganze Verhaltensmuster von den Eltern nachzuahmen und auf diese Weise natürlich auch Sozialverhalten lernen und sich einfach mitreißen lassen, wenn Erwachsene ganz bestimmte Verhaltensmuster zeigen. Wenn wir über das Mitleid nachdenken, ist es vielleicht noch ganz interessant, einen kleinen Ausflug zu den Philosophen zu machen. Und da muss man bei einem Mann einen kurzen Zwischenstopp einlegen, der sich sehr mit dem Thema Mitleid beschäftigt hat. Das ist Arthur Schopenhauer. Schopenhauer hat ja den Mensch mit seinen wesentlichsten Beweggründen definiert, indem er gesagt hat, der Mensch ist getrieben von drei Universalien seines Handelns. Das ist der Egoismus, also das umzusetzen, was man selber will. Dann die Bosheit, das sind also jene Triebfedern, die Rache und Hass und all das befriedigen. Und Mitleid, das heißt die Anteilnahme am Leid des Anderen, das waren seine drei wesentlichen Beweggründe, wobei er gesagt hat, Egoismus ist das stärkste, Mitleid an sich das schwächste. Aber was sehr interessant war in seiner Philosophie, die man auch als Mitleidsethik ein bisschen unscharf bezeichnen könnte, dass er das Mitleid als die Grundlage und das Primäre der Moral angesetzt hat. Er hat gesagt, also die Moral hat unmittelbar damit zu tun, dass wir mitleidensfähig sind. Weil hätten wir kein Mitleid, dann entstünde niemals Moral. Und in der Tat ist es so, wenn wir uns eine Welt vorstellen, dass wir ähnlich leben würden wie viele einzelgängerische Raubtiere. Ich erinnere an Jaguare oder auch Eisbären, die weitgehend, wenn es nicht gerade um die Paarungszeit geht, sich als Einzelgänger bewegen. Dann spielen Dinge wie Empathie, Mitgefühl oder auch Mitleid eigentlich überhaupt keine Rolle. Dann wäre jeder auf sich allein gestellt und ein einsamer Einzelkämpfer im Dasein. Wenn man das Mitleid noch näher verstehen will, muss man noch einen Aspekt berücksichtigen. Nämlich, dass das Mitleid eine Gradientenbildung hat. Das heißt, von einem bestimmten Schwachen bis zu einem sehr starken Ausmaß existieren kann. Und das hängt von der Bindungsintensität ab. Das heißt, wir empfinden Mitleid. Das heißt, wir können das Leid eines anderen an uns heranlassen, erkennen, auch selber, wie ich ganz am Anfang des Clips gesagt habe, innerlich ein richtiges Unwohlseinsgefühl entwickeln, wenn wir das Leide seines anderen ansichtig werden und dann den Impuls bekommen, zu helfen und zu trösten. Aber es hängt sehr stark davon ab, wie stark die Bindung ist. Wir werden zu den Lebewesen, zu den Familienmitgliedern, auch den eigenen Haustieren, also all jenen, die uns sehr, sehr nahe stehen, die zur engsten Kleingruppe gehören. Mit all jenen wird das Ausmaß des Mitleides größer und stärker sein, als wir es gegenüber Fremden, also uns nicht bekannten, also gruppenfremden Lebewesen haben. Oder überhaupt gegenüber Lebewesen, die wir aus verschiedenen Gründen, weil sie vielleicht in einer gewissen biologischen Kontrahentenstellung zu uns stehen, nicht schätzen. So werden die wenigsten zum Beispiel mit Kleidermotten Mitleid haben und sie eher verfolgen. Die meisten Menschen haben auch nicht sehr viel Verständnis für die Schnecken im Garten, die ihnen den Salat fressen und ähnliches. Das heißt, das Mitleid hängt davon ab, wie sehr wir Bindung empfinden zu einem Lebewesen und danach wird die Stärke beurteilt. Daran kann man durchaus auch sehen, dass das Mitleid ein komplexeres Element ist, ein komplexeres Verhalten ist, überhaupt das ganze Mitgefühl. Und mein vorhin genannter dritter Teil, nämlich die Hypothesenbildung, die Überformung durch unser Gehirn und die Zukunftsprojektion, eine sehr, sehr große Rolle spielt. Ich bin aber trotzdem überzeugt, dass die Spiegelnerone die Basis dafür legen. Wir können also zusammenfassen, Mitleid ein zu Unrecht gering geschätztes Gefühl. Das Mitleid ist etwas sehr Primäres. Hätten wir das Mitleid nicht, also die wirkliche konzentrierte Anteilnahme mit dem Impuls zu helfen, dann wäre auch der Überbau das Mitgefühl, das psychologisch immer so hoch geschätzt wird, gar nicht möglich. Es gibt eine sehr berührende Geschichte, die ich zum Abschluss noch ganz kurz erzählen will, aus einer Schimpansenfamilie einer Schimpansenhorde. Es ist beobachtet worden, dass ein Schimpansen, ein Mitglied dieser Schimpansenhorde, einen schweren Unfall hatte, ein Absturz aus einem hohen Baum und sich so schwer verletzt hat, dass er danach querschnittsgelähmt war. Er war Gott sei Dank noch in der Lage, sich auf seinen Armen weiter zu bewegen, aber er war ab der Mitte abwärts gelähmt. In dem Augenblick, wo dieses falsche Verhalten, das heißt kein normales Schimpansenverhalten mehr zu beobachten war, wurde er in der Gruppe konsequent gemobbt und konsequent von allen Verhaltensweisen, die die Gruppe zusammenhalten, also das Grooming, das Fellpflegen, das gegenseitige Berühren und Karesing im weiteren Sinne, absolut ausgeschlossen. Er war ein wirklich armer Teufel, der nicht mehr in der Lage war, in diese Gruppe hineinzufinden und es ist ein sehr, sehr trauriges Schicksal, das ihn da ereilt hat. Und zwar nur deshalb, weil das Mitleid natürlich auch bei Schimpansen noch nicht in diesem Ausmaß ausgeprägt ist und ausgebildet ist, weil eben die Hypothesenbildung fehlt, weil dieser Überbau fehlt, diese Fähigkeit, das Ganze von oben zu betrachten und in die Zukunft zu projizieren. Und der Mensch selber hat lange gebraucht, tausende Jahre, um dazu zu kommen, Mitleid in einem sehr generalisierten Ausmaß wahrzunehmen und selber zu fühlen. Man denke nur an die Sklavenzeit, wo einfach die Sklaven nicht als Menschen betrachtet wurden. Man denke an die Zeit der Hexenprozesse, wo vielleicht ein etwas absonderliches Verhalten oder eine neurologische Störung dazu geführt hat, dass man diese armen Menschen als vom Teufel besessen betrachtet hat und keinerlei Mitleid mit ihnen hatte. Also Mitleid ist zweifellos ein stark unterschätztes Gefühl. Natürlich sollte es dann in seiner Überformung noch ausgebaut werden zu Mitgefühl und Empathie. Das ist überhaupt keine Frage. Und die grundsätzliche Sache zu sagen, möglichst wenig Menschen, möglichst wenig Leid zuzufügen, das heißt, auch wie es Schopenhauer in seiner Mitleidsethik entwickelt hat, später dann Bertrand Russell sehr ausgebaut und weiterentwickelt hat, nämlich zu sagen, das Leben sollte die Tendenz haben, Anteil zu nehmen und möglichst wenig Menschen Negatives zuzufügen. Das ist eigentlich die Konklusion aus dieser ganzen Betrachtung. Also das Mitleid ist eine gute Sache und sollte nicht verachtet werden. Ich hoffe, dass euch dieser Clip gefallen hat. Ich wünsche euch bis zum nächsten Mal alles Gute und wenn ihr immer up to date sein wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal, dann werdet ihr jede Woche von den neuesten Clips informiert.